300 Milliarden US-Dollar. So viel Geld haben westliche Länder und Institutionen von der russischen Zentralbank, damals mit Beginn des Angriffs auf die Ukraine, eingefroren. Nochmals 30 weitere zusätzliche Milliarden wurden wohl auch von russischen Oligarchen und deren Unternehmen, deren Vermögen eingefroren. Und von diesen Geldern wurden dann wohl knapp 150 Milliarden Dollar reinvestiert, um Zinserträge mit diesem russischen Geld einzunehmen. Und all das passierte, um Russland möglichst doll, möglichst stark zu treffen und natürlich auch vom internationalen Zahlungsverkehr großteils auszuschließen. Das Ganze eben mit möglicherweise fatalen Folgen für den Westen und insbesondere den US-Amerikanern. Ja, Stichwort BRICS-Währung. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Was ich vor allem aber damit meine und insbesondere auch, und das ist ganz wichtig, was jetzt mit den eingefrorenen russischen Geldern passieren könnte, das wollen wir uns heute mal gemeinsam anschauen. Mein Name ist Jan Wilhöf von axinocapital.de. Wir investieren seit 35 Jahren sowohl in Edelmetall als eben auch Rohstoffaktien. Auf axinocapital.de berichten wir darüber. Und wenn euch diese kostenlosen Videos hier einen Mehrwert bringen und ihr das Gefühl habt, dass ihr uns gerne etwas zurückgeben möchtet, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne kostenlos tun. Zum Beispiel mit einem Daumen nach oben oder auch vielleicht mit einem kleinen kurzen Kommentar hier unter dem Video. Das hilft uns extrem, die Videos zu verbreiten. Und ja, wir sind dankbar, wie gesagt, für jeden Einzelnen, der das schon tut. Viktor Orban, der hat ja bis vor kurzem, kann man jetzt quasi sagen, das Geld der EU für die Ukraine blockiert. Nun ist er aber irgendwie eingeknickt, ohne dass zumindest jetzt bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video hier gerade aufzeichne, irgendwie ein Kommentar dazu kam, von ihm oder von Seiten des Landes. Ein Schelm, wer jetzt hier Böses denkt, ja. In jedem Fall ist regelmäßig die Frage im Raum, wie denn eigentlich die Ukraine weiter finanziert werden soll. Woher soll eigentlich das Geld kommen? Ja, um die, nennen wir es jetzt mal, wie es immer gesagt wird, Verteidigung unserer Demokratie an der russischen Grenze zu finanzieren. Das Ganze lassen wir mal dahingestellt, ob das auch wirklich der Grund ist, gerade Demokratie. In diesem Beitrag hier in der Welt, da wurde mal so ganz nebenbei eingesprochen, dass Orban eben eventuell auch von den Verhandlungen ausgeschlossen werden könne oder werden konnte, also rückwirkend, er hat ja jetzt zugestimmt, wenn er weiterhin die EU-Hilfen blockiert hätte. Ja, so kann man natürlich auch seine 100% Zustimmung in Parlamenten erhalten, wenn man zum Beispiel eben Gegenstimmen nimmt und dann rausschließt. Dann sind eben nur noch die Befürworter da. Bei uns nennen wir das dann eben die Verteidigung der Demokratie, woanders würde man das Autokratie nennen. Ich will hier gar nicht alles schlechtreden, ja. Ja, Demokratie ist ja definitiv was Gutes, aber es fühlt sich eben manchmal so an, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dass manche Sachen ein bisschen vorgeschoben werden. Und ich finde einfach auch diese Umgangsformen inzwischen einfach ein bisschen merkwürdig. Und ja, manchmal muss man einfach vielleicht ein ganz kleines bisschen den Kopf schütteln, wenn man sieht, wie Dinge so laufen. Aber vielleicht sehe ich das ja auch falsch. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr auch das Gefühl habt, dass einfach vieles nicht mehr so läuft. Oder wie es gesagt wird, dass einfach viele Sachen nicht mehr hundertprozentig so sind, wie es gesagt wird. Ich glaube, so kann man es so am besten formulieren, oder? Ja, und eine andere Sache, die bei mir eher auch für Kopfschütteln sorgt, ist, dass man jetzt eben vermehrt darüber nachdenkt, wie man die eingefrorenen russischen Vermögenswerte nun beschlagnahmen kann und dann womöglich auch die Ukraine mit diesem Geld in dem Krieg gegen Russland unterstützen kann. Ja, mal unabhängig jetzt davon, dass natürlich auch die Frage zu Recht im Raum steht, ob Russland nach den Angriffen irgendwann auch mal, wenn wieder Frieden herrsche, vielleicht auch Schäden bezahlen muss. Das ist jetzt mal ein anderes Thema. Es geht jetzt hier gerade um die Unterstützung der Ukraine im Krieg. Und ihr habt richtig gehört, das kassiert zwar schon eine Weile irgendwie im Raum, aber Ziel ist es jetzt tatsächlich, dass um den zweiten Jahrestag dieses Krieges, jetzt im Februar, das Ganze wirklich passieren soll. Also wie gesagt, russisches Geld erst einfrieren, dann beschlagnahmen und dann auf der anderen Seite wiederum die Ukraine mit diesem Geld zu unterstützen. Und ganz vorne, wenn es um diesen Vorschlag geht, mit dabei sind natürlich wieder die Amerikaner, die US-Amerikaner und auch die Engländer. Die stützen dieses Unterfangen eben auch, das Ganze so durchzuziehen. Andere europäische Länder, darunter übrigens auch Deutschland, also ganz interessant, haben ihre Bedenken, den ganzen Thema. Wir kommen gleich dazu, warum. Und wer hätte es gedacht? Ja, von uns kommt hin und wieder auch nochmal ein Stück eigene Meinung durch. Es geht doch irgendwie. Klar, den Amis ist das vielleicht gar nicht mal so unrecht. Die Gefahr, die ist auf jeden Fall da, dass man sich mit diesem Schritt endgültig ins eigene Knie schießt. Und deswegen bin ich auch so kritisch gegenüber dem Thema. Wir gucken uns das mal ganz kurz an, weil es wird gefühlt nur bis zur Hälfte gedacht und gefühlt auch nur die Hälfte berichtet. Denn die Ukraine und Russland, die sind im Krieg. Und mir ist nicht bekannt, dass Deutschland oder auch irgendein anderes Land wirklich einen Kriegszustand mit Russland hat. Ja, dennoch schließen wir Russland von allen aus und wir zeigen auch der ganzen Welt, mit wir meine ich jetzt mal die westlichen Länder sozusagen, wir zeigen der ganzen Welt ganz klar, Wenn ihr Länder irgendwas macht, was uns, beziehungsweise den Amis, nicht gefällt, dann nehmen wir euch euer Geld einfach weg. Was ihr hier bei uns irgendwie liegen habt, investiert habt in Staatsanleihen und so weiter. Wer will denn in eine solche Umgebung investieren, beziehungsweise wer will denn überhaupt Partnerschaften auf Augenhöhe führen, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich als Land etwas tue, was dem nicht gefällt, dann ist das Geld weg. Wir haben hier nichts in Europa. Wir haben keine Rohstoffe, wir haben aktuell echt eher keine boomende Wirtschaft. Wir haben wirklich kaum Gas, kaum Energie, wir haben kein Nichts, ja, gerade bei uns in Deutschland. Wir sind doch auf gute Beziehungen nach außen angewiesen und wir können doch nicht sagen, so wie wir es machen wollen, läuft es auf der Welt. Die derzeit diskutierten Ideen reichen von der Besteuerung der Zinszahlungen aus den eingefrorenen Vermögenswerten bis hin zur vollständigen Beschlagnahme der Gelder und deren Überweisung in die Ukraine. Eine andere Idee besteht darin, russische Staatsreserven als Sicherheit für Kredite an die Ukraine zu nutzen. Nach dieser noch in den Kinderschuhen steckenden Idee würden die Kreditgeber die russischen Vermögenswerte erhalten, wenn die Ukraine mit dem Kredit, der möglicherweise von einer internationalen Finanzinstitution wie der Weltbank vergeben wird, in Verzug gerät. So schreibt es hier das Wall Street Journal, das Ganze ist im Original auf Englisch, wir haben es jetzt mal eben so übersetzt, dass man es direkt auch auf Deutsch verstehen kann. Aber es geht hier eben noch weiter und ich lese noch mal ganz kurz einen weiteren Abschnitt vor. Das könnte einen finanziellen Anreiz für Russland schaffen. Eine Zerstörung der ukrainischen Wirtschaft und ihrer Fähigkeit, ihre Schulden zurückzuzahlen, zu vermeiden. So die Überlegung. Ganz ehrlich? Nein, rafft ihr denn nichts mehr? Das veranlasst jetzt nicht, die Russen darüber nachzudenken. Für die ist das Geld schon aus den Augen aus dem Sinn. Das veranlasst doch eher die BRICS und alle den nahestehenden Ländern, sich noch schneller und noch deutlicher vom Westen abzugrenzen. Das ist doch ein Riesenproblem. Wieso spricht darüber keiner? Das veranlasst doch, dass man uns im Westen gar nicht mehr den Respekt entgegenbringt und uns gar nicht mehr als Geschäftspartner haben will. Wie gesagt, wenn die anderen etwas tun, was dem Westen nicht gefällt, dann ist das Geld weg. Das regt doch nicht die Überlegung an, dem Westen zu gefallen. Also zumindest wenn die anderen Länder die Möglichkeit haben, dem Westen etwas entgegenzusetzen und die Situation entwickelt sich da eben immer mehr hin. Und das ist ja auch kein Pro-China, Pro-Russland, gegen USA. Es sind einfach mal Fakten, die man mal aussprechen muss. Den Amerikanern, denen ist es vielleicht ganz recht, wenn Europa ein paar Probleme bekommt. Wer weiß, die haben immerhin Rohstoffe und die sind auch nicht zu extrem auf Außen angewiesen. Wobei das eben ja auch nur sehr bedingt stimmt, denn auch für die Amis kommen eben noch viele Rohstoffe von außen, sie importieren immer noch sehr, sehr viel. Aber theoretisch hat das Land, und das sehen wir als Bergbauinvestoren, durchaus auch genug Materialien im Boden, um sich selbst zu versorgen. Und das ist ja auch eben der Plan der Amerikaner. Aber wir in Deutschland, wir haben zum Beispiel große Probleme. Fakt ist, und das ist ja ganz klar, wenn die Staaten alle im Frieden miteinander arbeiten, dann läuft es. Und dann läuft es auch sehr gut für ein Land wie Deutschland. Es ist eben ganz klar, dass sich der Westen das Vertrauen gegenüber anderen aufstrebenden Ländern verspielt. Das kann man nicht abstreiten. Und wenn man solche Fakten einfach völlig außer Augen lässt und nur ideologisch rangeht und sagt, ja, aber das sind Autokraten und das gefällt uns nicht und wir müssen uns abgrenzen, das mag ja alles irgendwo auch eine Relevanz haben. Aber dennoch muss man doch auch den Leuten den gesamten Kontext erklären und eben nicht nur einseitig berichten. Das ist zumindest das Gefühl. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Russland jetzt noch denkt, ah, wenn wir jetzt netter sind, wenn wir jetzt anders sind, dann kriegen wir vielleicht unsere 300 Milliarden wieder. Wie gesagt, ich denke, Russland geht eher davon aus, dass die Kohle weg ist und man überlegt sich eher, wie man in Zukunft nicht mehr mit dem Westen zusammenarbeitet. Das ist zumindest mein Gefühl. Schreibt mir mal bitte euer Gefühl in die Kommentare. Ihr seht aber am Ende des Tages auch, wie unfassbar wichtig Rohstoffe sind, wie unfassbar wichtig dieses gesamte Thema ist, worüber wir hier eben versuchen aufzuklären. Rohstoffe sind vor allem bei den BRICS-Ländern. Und das heißt, man muss sich jetzt, wenn man diese gesamten geopolitischen Entwicklungen sieht und mitbekommt, auch als Investor die Frage stellen, wie kann ich mich in Zukunft positionieren? Auf axinocapital.de haben wir hier den Bereich Aktien. Und da haben wir eben einige Aktien, die potenziell spannend sein könnten. Die werden auch nochmal jetzt demnächst ausgetauscht. Ganz wichtig, das sind gar keine Anlageempfehlungen. Wir berichten auf axinocapital.de eben über diese Firmen. Das ist auch unser Job. Dafür werden wir unter anderem bezahlt. Aber auch sind wir teilweise in einige der Firmen investiert. Das sind zwei Interessenskonflikte, die ich hiermit sehr, sehr gerne offenlege. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Disclaimer oder zu unseren Interessenskonflikten oder irgendwas habt, lasst es uns sehr gerne wissen. Wir wollen so offen und so transparent wie möglich zu euch sein. Ansonsten, wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Sehe ich das alles falsch? Ja, ist es wirklich so, wie es beschrieben wird? Oder habt ihr auch das Gefühl, dass da so ein paar Fakten ein bisschen, ja, vielleicht auch gar nicht beachtet werden? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Abonniert gerne den Kanal und dann freue ich mich, wenn wir uns hier im nächsten Video wiedersehen. Abonniert gerne den Kanal